What a man, what a man, what a man, what a mighty good man, yes he is. Ich würde nicht sagen, what a man, natürlich was für eine Frau kann man da bloß sagen, und zwar die Kim Hofmann, also ich war heute drüben in Stuttgart beim Werner Acker in der Musikhochschule und der hat gesagt, dass sie kommen, die Kimi und ihre Soulmen in der Jatzklub Leonberg am 14. September, da müsst ihr euch Karte besorgen, solange es noch welche gibt. Also los, Hortik, 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 Hortik. Wir freuen uns auf euch.